Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Shelter, beziehungsweise Let's Roleplay Fallout Shelter hier in unserer schönen, angenehmen Vault. Heute werden wir etwas ganz besonderes machen, denn heute machen wir ein kleines Wettbewerb, kleinen Wettbewerb, kleinen Wettbewerb, nicht wahr? Aber, kleinen Wettbewerb heißt das. Und zwar werden wir heute auslosen, wer diese wundervolle Lunchbox bekommt. Und das sieht folgendermaßen aus, derjenige, der die beste Waffe aus dem Ödland rausholt, der bekommt diese Lunchbox. Das heißt, heute geht hier jeder raus, wir haben keine Wache und ich werde hoffen, dass einfach alles gut geht. Wieso läufst du da noch durch die Gegend, Dude? Hä? Aiden? Du bist aus dem Urlaub gekommen, ich weiß, aber trotzdem darfst du nicht hier rumtrödeln. So, ich habe jetzt gerade mal einfach alle hier überall reingepackt, weil ich hatte Notstand und ich werde das später nochmal so sortieren, dass ihr da wirklich arbeitet, wo ihr auch arbeitet. Aber heute geht es ja sowieso, heute ist sowieso alles komplett durcheinander, weil ja, jeder rausgehen kann. Also von daher passt das schon. So, ähm, genau. Genau. Wir haben Neuzugänge. Wir haben heute nicht viele Neuzugänge, das liegt daran, dass viele einfach nicht verstanden haben, wie man sich bewirbt. Leute, es ist ganz einfach. Wir haben hier vor der Vault Leute stehen, die haben eine Nummer. Zum Beispiel hier die 5. Dann haben wir hier die 18. Dann haben wir hier die 1. Und wir haben hier die 21. Auf diese Charaktere könnt ihr euch bewerben. Nur diese Charaktere, nicht die Nummer 22 und auch nicht bitte der Nächste. Bitte der Nächste gibt es nicht. Ihr müsst euch schon entscheiden, weil es ja euer Charakter ist, ja? Und das hier finde ich jetzt schon mal sehr kacke. Äh, aber wir können mal ganz kurz auf die Aufträge gucken. Äh, ja, das habe ich nebenbei so gemacht. Lasse 15. Oh, die Lunchbox. Ne, das ist mir zu riskant. Tut mir leid. Ah, ist das ärgerlich. Aber, ganz ehrlich, wenn ich die Leute tanzen lasse und wir haben Platz für Bewohner, dann machen sie Kinder, wenn ich nicht aufpasse. Und das ist ein bisschen gegen das, was ich wo habe. Aber ich meine, ich könnte die Kinder im Endeffekt rauswerfen und mich dann Keks freuen, aber ich bin ja kein Unmensch. So, richtig, ne? Du musst aufpassen. Ich habe nämlich Urlaub. Und weil ich Urlaub habe, habe ich keine Hose an. Ich meine, ich habe Boxershorts an, aber ich habe keine Hose an. Nur mal so für euch, damit ihr eure Fantasie ein bisschen anregen könnt. Ja, wenig Lagerplatz. Ich wollte mich darum kümmern. Ähm, ja, ich habe hier nebenbei noch Digimon-Ult auf dem Übrings. Irgendwelche Videos. Und ziemlich viel Scheiße, eigentlich. Aber eigentlich wollte ich doch... Was habe ich denn aufgemacht? Ich wollte dich doch aufmachen. Hä? Jetzt, du bist offen. Okay. Es ist verwirrend. Ähm. Fallout, die Shelter. Wo haben wir es denn da? Ich muss mal ganz kurz Lagerplatz erschieten. Ich muss noch unbedingt mal wieder aufräumen, weil es geht gar nicht, was hier unten ab geht. Äh, ab geht. Wir haben derzeit... Wir sind einen drüber. Wir sind einen drüber. Cool. Naja. Wir haben derzeit 260. So. Scannen wir zuerst mal. Dann baue ich mal ganz kurz einen Lagerplatz. So, und schon haben wir 270. Die trage ich dann auch hier ein. Der Next Scan. Zack. Ich habe auch übrigens gerade schon ordentlich vorgespult. Äh, weil ich ja keine Ressourcen hatte. Das heißt, wundert euch nicht, wenn der falsche Tag hier steht. Äh, falls ihr gerade in der Vergangenheit lebt. Ich bin in der Zukunft. So. Äh, 400 wird glaube ich nicht ausreichen für das, was wir so vorhaben. Machen wir mal 1.000. So. Ich würde sagen, wir schicken erstmal die erste Kolonne los. Und dann kümmern wir uns um die Neuzugänge. Ja, ich bin heute richtig fies. Wobei... Ich muss mal kurz gucken. Ich muss kurz gucken. Das war dann schon mal die falsche Seite. Ich habe viel zu viele Fans auf. Ah. So. Äh, 7. Okay, das ist in Ordnung. So, wir müssten ja jetzt so um die... Um die 20 haben, ne? Derjenige ist noch draußen im Urlaub. Der hat sich noch nicht gemeldet. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ähm. Wer war das? Du hast gesagt, dass Dennis wieder da ist. Ist er aber nicht, weil er hat es mir nicht selber gesagt. Er muss sich persönlich melden und sagen, er ist aus dem Urlaub draußen. So. Ähm. Genau. 0,5 wartet. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schicken so... 7 ist eine gute Zahl, ne? Serana, wir beginnen mit dir. Serana hat folgende Items, um mit ins Ödland zu gehen. Äh. 25 Stimpacts und 15 Radaway. Gut. Das klingt doch vernünftig. Wo bist du? Da bist du, Serana. Hm. Du hast sogar schon dein Ödlands-Ausfit an. Sehr schön. Habe ich nämlich noch nicht geändert. So. 25 und 15. Aber... Moment. Du bist ja nicht mal richtig geheilt. Oh. 25 Minuten braucht das alte Schwede. Okay. Okay. Ähm. Ich würde sagen, ich heile mal ganz kurz alle durch. Mite ich nicht. Weil dann können wir mal ganz kurz Ressourcen herstellen und dann alle rausschicken. Sonst dauert das zu lange. So. Bin schon ganz gespannt, wer hier heute die Lunchbox ergattert und was in der Lunchbox drin ist. Wenn da ein neuer Typ drin wäre. Hm. Interessant. Interessant. Ähm. So. Hassan. Ist auch nochmal geheilt. Und dann spulen wir mal ganz kurz vor. So. Wollen wir mal eine Stunde vor. Das passt schon. Kurz brechen. Alles einsacken. Zack. Zack. So. Serana. Sie dürfen. Äh. 25 und 15. So. Dann haben wir... Ilja. Ilja auch mit 25 und... 6. Gut, dann müssen wir mal ganz kurz noch welche herstellen. Ich würde gerne, ehrlich gesagt, ein größeres Krankenhaus bauen. Ist auch... Ist auch zu ewig. Wir haben ja momentan genug Leute hier, oder? Beim Essen haben wir genug Leute. Intelligenz 1 ist nicht genau das, was ich wollte. Äh. Ich hasse nicht diesen Bug. Ist hier irgendjemand dabei, der intelligent ist? Habe ich intelligente Leute in der Vault? Ja, Killer. Killer ist der Intelligenteste. Das ist schon ein bisschen armselig. Naja. Naja. Hm. Intelligent. Die Intelligentesten warten draußen. Okay. Ähm. Egal. Spuren wir vor. Was soll's. Wir Leute nicht geizig mit der Zeit. Äh. Das hätte... Das hätte drüben bleiben können. Den brauche ich hier nicht. So. Äh. 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 Der 15. Ähm. Machen wir genau 0 Uhr. Ha. Ich meine, Serana wird sowieso jetzt eine Weile laufen. Da können wir ruhig vorskippen ohne Ende. So. Dann schicken wir... Können wir noch nicht. Wie viel haben wir jetzt? 9. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Ich spür mal direkt mal so ein paar Stündchen vor. Serana wird sowieso wahrscheinlich den Tag laufen. Und noch eine Stunde. Zack. So. Und damit kann auf jeden Fall Ilja rausgehen. Der sich extra einen Hund jetzt organisiert hat. Oder ich glaube, den hat... Nee, den hat er im Ödland gefunden gehabt. Ilja hatte diesen Hund gefunden gehabt. Das war echt schon cool. Bisschen meinen Scheiß hier im Weg. 6. So. Ilja. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. So. Als nächstes Killer. 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 Der hat leider nichts gekauft. Killer. 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 Einfach nichts gekauft. Ja, musst du so rausgehen. Ist deine eigene Schuld. Dragon Rina. Dragon Rina. Zack. Du hast auch nichts gekauft an Stimpacts. Das heißt, wir sehen schon mal hier ein paar Leute, die nicht gewinnen werden. Es sei denn, die haben verdammt viel Glück. Und wenn die gewinnen, wenn die gewinnen, wenn die gewinnen, ohne Stimpacts, dann... Aber herzlichen Glückwunsch. So, ähm... Dann kommt Player X. Player, du hast auch keine Stimpacts gekauft. Dann gehst du so raus. Ähm, jetzt sind wir bei 6, ne? Ja, ähm... Muffin. Muffin! Du hast auch keine Stimpacts gekauft, dann. Tschüss. Tschüss. So, wir haben die erste Schicht quasi losgeschickt. Sie laufen jetzt los und sammeln sich ein paar richtig gute Ressourcen. Ähm... Ich werde mir das, glaube ich, am besten aufschreiben. Was so der beste Root von allen ist. Und dann wird sich herauskristallisieren, wer am Ende die Box bekommt. So, ähm... Ja, wir kümmern uns jetzt um die Neuzugänge. Wir haben... Äh, auf der 18... Ach... Naja, gut. Das schicken wir auch gleich raus. Wir schicken dich gleich mit raus. Mr. Unknown. So, äh... Wir haben hier auf der 18 zwei Bewerber. Ich glaube, das waren zwei. Ich habe auf jeden Fall die Kommentare angeguckt und mehr habe ich nicht gesehen. Kann auch sein, dass ich blind bin. Ich drücke auch mal auf F9 und drücke nochmal auf F9. Verarschen willst du mich heute? Epic Noob. Herzlich willkommen in der Vault mit der Nummer 18. Die 18 hast du dir ergattert. Das wäre dann nicht diese Person. Nein, nein, nein. 18, da. So, Epic Noob. Äh... Wie alle anderen auch, äh... Und unten in der Beschreibung findest du quasi das Inventar, der Marktplatz. Und ich hoffe, du hast schon einige Folgen geguckt und weißt, wie das ganze Prinzip funktioniert. Ansonsten sollte ich irgendwie mal überlegen, wie ich das beim nächsten Mal handhabe. Dass ich da irgendwie als Intro ein kleines Video mache oder so. Dass da steht, hier, da kannst du kaufen, da kannst du dat machen. Da kannst du nicht fröhlich sein. Nein, im Prinzip gehört dieser Charakter dir. Er wird einmal in der Woche losgeschickt. Das heißt, einmal pro Folge wird er losgeschickt. Er sammelt Sachen. Diese Sachen kannst du auf deinem Inventarplatz unten in der Beschreibung sehen. Du kannst diese direkt verkaufen, sodass dein Inventar wieder Platz hat. Oder du kannst sie auf den Marktplatz stellen, wenn das besonders gute Sachen sind und da ein bisschen mehr Kohle rausschäffeln. Und ja, dein Charakter levelt und du kannst dir einen Job aussuchen und Pipapo, das wirst du alles quasi auch von Online erfahren, wenn du das Let's Play guckst. Und du bist sehr gut in P, aber ich stelle dich erstmal da rein. Kylo! Nein, ich habe sie vergessen zu verkaufen. Jetzt laufen die da hoch. Aber Moment. Wir fangen sie ab. Ist da echt keiner mehr drin? Habe ich alle P-Leute weggeschickt? Das ist schon ein bisschen bitter, ne? Na gut, dann musst du doch bei P arbeiten. Obwohl, wir wollten dich gleich sowieso rausschicken, ne? Aber bleib mal da. Wir schicken dich gleich raus. Wenn die Plage ihr ein Ende genommen hat. Ja, ich habe keine Stimpacts, cool. Aber Gilde 2 ist 27 und hat eine Schrote, also die würde er weghauen. Komm schon. So, komm, komm. Sauber. So. Du suchst deine ersten Sachen und... Oh. Muffin HD. Muffin. Tja. Wir können gerne mal reingucken. Ähm. Du hast leider keine Stimpacts mitgenommen. Das ist natürlich... Äh. In dieser Situation ein bisschen blöd. Weil jetzt hättest du richtig abkassieren können. Jetzt hättest du richtig abkassieren können. Aber naja. Wenn da gleich am Anfang Gegner sind, die dich umhauen wollen, dann... ...hauen wir ab. Yep. Ähm. Ohne Stimpacts kommst du da nicht weit. Tut mir leid. Also, Ilja, du hast bei dieser... ...bei so einer Situation das letzte Mal, ähm, den Hund bekommen. Und Muffin hätte auch einen Hund bekommen können. Ja. Oder etwas Besseres. Vielleicht sogar eine Lunchbox. Ich brauche unbedingt wieder Platz, ey. Oh, Mann. Okay, bauen wir einen neuen Lagerraum, weil es ja so viel Spaß macht, Lagerraum zu bauen. Äh, 280. Olochelter wird zwei Jahre alt und Voltec feiert diesen Geburtstag mit besonderen Angeboten. Gerade als E-Mail bekommen. Ist das nicht toll? Hä? 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 So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. 280. Hat ja schon mal gepasst, das Ganze, ne? So. Ich hoffe, kein anderer wird heute noch ein Abenteuer erleben. So. Aber diesmal verkaufe ich dich. Nicht, dass das nochmal passiert. Ich habe das nicht umsonst so aufgestellt. Gut. Alle sind draußen. Alle sind am Bekunden. Und, ähm... Jetzt habe ich es verkackt, ne? Ich habe die Falschen rausgeschickt. Ah, gut. Jetzt ist Epic Noob draußen. Aber ich wollte eigentlich Mrs. Unknown rausschicken. Mit der Nummer 7, weil du dich als Einziger als Nummer 7 beworben hast. Darfst du das auch gerne werden. Habe ich das jetzt verkackt? Die Nummer 7 ist doch vergeben. Ich glaube, ich habe das verkackt. Kommentare. Ähm... Ach. 21. Gut, das habe ich verkackt. So. Äh... Du kannst auch direkt rausgehen. Und deine ersten Sachen sammeln. Viel Spaß. Gut, dann haben wir derzeit noch im Angebot die Nummer 1 und die Nummer 5. Darauf könnt ihr euch bewerben. Alles easy. Gar kein Problem. So. Gut. Ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn die Zeit vorgespult worden ist. Bis gleich. Ja, damit sind alle zurückgekehrt und wir werden heute erstmal gucken, wer eventuell gute Sachen gefunden hat. Wir beginnen mit Mrs. Unknown. Leider geht es heute nicht um Klamotten. Heute geht es um Waffen. Und ich verkaufe erstmal alle normalen Gegenstände und du hast keine Waffe gefunden. Ja gut. Man muss dazu sagen, du bist recht neu in der Vault. Du bist mittlerweile schon 47 geworden. Du bist einmal kurz rausgegangen und hast richtig geilen Stuff gefunden. Guckst dir an. Den Schrott verkaufe ich aber für dich. So. Äh... Wir haben für dich 2.168 Kronkorken. Bloß das Geld, was du gerade noch bekommen hast. Nächstes Mal sollte ich das vorlesen. Damit XX nicht so viel, äh... Zeit verschwendet. 2, 4, 6. 2.100 und... Warte. Doch. 76. 2.176. Da hat es kurz gehapert bei mir. Eine abgesägte Schrotflinte hast du. Bittercup-Outfit hattest du vorher schon. Herzlichen Glückwunsch dazu. Komm zurück in die Vault. Äh... Dann haben wir Serana. Serana hat gefunden. Eine fokussierte Plasmapistole mit 11 bis 14 Schaden. So. Das ist momentan das Beste, was wir haben. Naja. Gut. Ähm... Ich habe es schon wieder nicht vorgelesen, ne? Naja. Da überlegst du. Du siehst das schon, ne? Du kannst nicht... Du hast die Augen gepumpt. So. Wir haben 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 1.301 und du hast derzeit eine rostige Plasmapistole an und deine bewusste Ödland-Ausrüstung. Ja, cool. Du hast gefunden eine Kamera, ein mittelalterliches Herrschaftsoutfit, ein Greaser-Outfit, ein fokussiertes Plasmapistole, ein Mikroskop, ein Brahmin-Leder und eine gethunte Plasmapistole. So. Sammeln wir das Ganze ein. Ilja, du kriegst 590 schonmal. Das ist mal, habe ich drin gedacht. Du hast gefunden. Uh, 14 bis 16. Wir werden besser. Ilja. Ilja. So. Ein verbessertes Gleisgewehr. Und ansonsten ganz viele Krims-Krams. So. Äh. Ich sehe gerade Drangorina hat zum Beispiel volles Inventar. Und Muffin, du hast auch volles Inventar. Das hast du anscheinend nicht entleert. Weißt du, Muffin? Erstmal die ganze Zeit fragen, wann kommt voller ein Shelter? Und dann nicht mal dein Inventar aufräumen. Muffin. Muffin. Ah je, oh je, oh je. Naja. Gut. Wieso nicht? Wie stört's nicht? Ähm. Ja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das heißt, wir haben 1.942. Du hast einen Druckluftflammenwerfer immer noch in der Hand. Und dazu kriegst du auf jeden Fall noch Ilja. Mal gucken, wie viel Platz du hast. Ilja hat auf jeden Fall genug Platz. Äh. Du hast Platz von... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Plus 50 nochmal dazu. So, das heißt, du behältst eine Ritterrüstung, eine Kamera, ein verbessertes Gleisgewehr, eine gehärtete, abgesägte Schrotflinte, eine Kamera, Brahmin-Leder, Techniker-Outfit, Brahmin-Leder und eine geleerten Robe. So, Muffin. Du kriegst 114 Kronkorken, 140 Kronkorken schonmal dazu. Du hast, ehrlich gesagt, gar nichts gefunden. Muffin hat sowieso keinen Platz. Deswegen verkaufen wir einfach mal alles. Das heißt, du kriegst, äh, 668 Kronkorken, fokussierte Plasmapistole hast du an, 100 und 104 dazu nochmal. Zack. Dragon Rina. Dragon Rina hat auch gar keinen Platz. Hat auch nur ein Bild gefunden. Das kommt auch von, wenn man sich halt keine Steam-Packs organisiert. So, jetzt hab ich gerade hier nicht vorgelesen, ne? Manchmal, Leute, manchmal werd ich alt. Äh, 625 Kronkorken plus, äh, 56 und, äh, eine verbessertes abgesägte Schrotflinte trägst du derzeit. Und wir sammeln dich ein. Kommen wir zu Killer. Wie bei der anderen auch. Wieder mal nicht vorgelesen. 558 Kronkorken, äh, 100, 104 Kronkorken dazu. Obwohl, Killer, du hast Platz. Du hast Platz. Verkaufen wir nur die beiden. Das heißt, nochmal vier Kronkorken dazu und die kannst du behalten. Den Teddybär und den Globus. Zack. Kommen wir zu Player X. Ganz frisch dabei. Vielleicht kriegt er schon etwas. Panzer brechen, okay. Hab ich ihm gegeben. Ich hab dir die Waffe gegeben. Alles gut, alles gut. Du bekommst 689 Kronkorken plus 100 Kronkorken. Und hast leider nur Müll gefunden. Wie gesagt. Keine, äh, keine Steam-Packs. Kein Spaß. Äh, Player X, äh, du bekommst einen Teddybären. Und plus vier. Ja. So. Epic Noob. Ganz frisch dabei. Nun Level 10. 708 Kronkorken plus 60. Und plus zwei. Das heißt, quasi 710 Kronkorken. Und du trägst jetzt eine verbessert abgesägte Schrumpfete, die hast du gefunden. Du hast leider nichts im Inventar behalten können, weil das halt nur alles Crap war. Und deswegen hab ich's mal direkt gelöscht, weil dann spare ich die Arbeit. Ja. Das waren die ersten. Derzeit ist Ilja Platz 1 mit 14 bis 16 Schaden. Und ich würd sagen, wir ordnen mal ganz kurz die Leute ein. Zack. Serana. Gucken wir mal. Äh, Serana bekommt ein Handwerk-Overall. Zack. Oh, cool. Und arbeitet natürlich im Diner. Dann haben wir Ilja. Ilja arbeitet im Kraftwerk. Kannst doch gleich bleiben, Dude. So, dann haben wir Killer. Killer arbeitet im Diner. Lauf nicht weg. Und du hast auch keine Arbeitskloch. Im Le Diner. Achso, das war nicht Killer. Das ist doch Killer. Moment. Läuft Ilja hier noch um? Nein. Ach, Serana läuft noch um. Jetzt haben wir einen Schuh. Ja, ja, ja. So, in 20 Minuten habe ich die nächste E3-Pressekonferenz vor mir. Das heißt, Feuer. Bitte. Naja, dann brennt das halt. Ich kann auch so lange nichts machen, weil alle Leute würden einfach nur weiter zurücklaufen. Lösche 16-Volt-Feuer. Ehrlich gesagt, so ein großes Feuer will ich nicht löschen. Schließe sechs Quests aus dem Aufseher-Büro ab. Ja, cool. Jetzt wisst ihr, was wir am Sonntag im Marktplatz-Stream machen. Ja. 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 Kannst du aufhören? Jahre später. Ja, so ein Feuer ist schon was Feines, ne? Dass das nie aufhört. Ich meine, theoretisch müsste unsere Volt gar nicht mehr existieren, wenn wir es realistisch sehen und das Feuer sich da durchkämpft. Das löscht sich ja immer von Leine. Da. Fertig. Oder? Ja. Gut, wir kommen zu Dragon Rina. Arbeitet auch im Diner. So. Äh. Äh. Diner. Zack. Wir haben Player X, äh. Hast du dich schon entschieden, Bruder? Ah, im Wasserwerk. Ah, im Wasserwerk arbeitest du. Ich sehe dich nicht. Wo versteckst du dich, Kleiner? Wieso bist du da? Naja. Äh. Wir haben Muffin HD. Muffin, du arbeitest auch im Diner. Alle wollen sie im Diner arbeiten. Hast du auch Arbeitsklamotten am Start? Nein. Ah, der liegt. Dib, dib, dim, dim. Zack. So. Weiß ja nicht, Muffin, aber... Bist du das wirklich? Wieso arbeitest du im Diner mit deiner Rüstung? Hattest du sie schon vorher an, Muffin? Ach nee, du hattest vorher die Raider-Rüstung an. Ah, du hast mittlerweile nämlich einen robusten Vault-Anzug an. Ich sehe. Also wenn du deinen Job wechseln möchtest, dies kannst du auch tun, um mehr Geld zu kassieren. Natürlich erst ab nächster Folge. So, dann haben wir den Epic Noob. Du kannst aber auf jeden Fall erstmal zum... Boah, P10, ey. Zum Wasserwerk gehen. Ähm, Mrs. Unknown. Du möchtest... Ich weiß gar nicht. Ich schieb dich erstmal hier rein. Äh, du kannst dir immer noch einen Job aussuchen. Ähm. Aber ich glaub, bisher... ...bist du da ganz gut aufgehoben. Na gut. Gehen wir weiter. Äh, wir möchten ab heute Terra Boy losschicken. Terra Boy. Leider keine Steampacks am Start. Deswegen gehst du einfach so raus. Terra Boy. Zack. Wir haben... Irrengardist. Mit 21,7. Irrengardist. Zack. So. Es kann gut möglich sein, dass Irrengardist... ...hier abstaubt. Man weiß es nicht. Äh, Irrengardist. So. Ähm. Kommen wir zu Nick Nick. Nick Nick. Du hast dabei zwei Steampacks. Und keine Klamotten. Hast du deine Klamotten verkauft? Ich habe da ein blaues Symbol bei deinen Klamotten. Hast du deine Klamotten verkauft? Also. Es ist schon ein bisschen bitter, ne? Naja. So. Äh. Kommen wir zu Bugsy. Bugsy. Wo bist du? Äh. Bugsy hat 29 Steampacks? Holy shit. Not bad. Aber du kannst ja nur 25 mitnehmen. Äh. Das heißt, wir spulen wieder die Zeit ein bisschen vor. Zack. Mal so eine Stunde. Warte. Warte ich einen Schwächling dabei? Okay. Ich sollte aufpassen mit dem Vorspulen. Bei Nick Nick muss ich ganz dringend aufpassen beim Vorspulen. Dicht, dass der mir abkratzt. Das wäre nicht so schön. Äh. Wie viel habe ich jetzt? Äh. 11. Okay. Wie lange braucht ihr? 20 Minuten. Gut. Spulen wir erstmal nur 20 Minuten vor. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser. Damit der Nick Nick nicht stirbt. So. Nick Nick, geht's noch gut? Ich muss ab und zu mal reingucken. So. Und dann spulen wir nochmal 20 Minuten vor. Und dann haben wir's. Dann haben wir's. Oder 21 Minuten. Ne, 21 Minuten. So. Nick Nick. Nick Nick. Bin ich jetzt blind? Ach. Baxi. Nick Nick. Wie komme ich auf Nick Nick? So Baxi. Ähm. Du möchtest gerne die schicke förmliche Kleidung mitnehmen? Wo haben wir die denn? Schicke förmliche Kleidung. Und dann. Du kriegst 25 Stimpacts plus 10 Ranaway. Das war zu viel. So. Viel Glück. Da haben wir den zweiten Kandidaten. Baxi. Der könnte auch noch richtig guten Stuff mitbringen. Dann kommen wir zu Aiden. Der vor kurzem noch im Urlaub war. Und jetzt wieder zurückgekehrt ist. Komm mal zurück. Äh. Geh mal ins Ödland. Komm mal zurück. Du bist doch schon da. So. Äh. Dann haben wir Gilde 2. Da ist er. Gilde 2 geht nun auch raus. Wir haben Crane. So Crane hat irgendwie einen Ranaway. Okay. Und Kill 1414. Der andere Kandidat. Der ordentlich Stuff mitbringen könnte. Aber erstmal muss er sich Stimpacts organisieren. Handgemacht. Seine eigenen Stimpacts quasi. So. Ich glaube wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wie viel stellen wir her? Neun Stück. Das heißt wir brauchen. Auf jeden Fall vier Runden. Neun Stück. Neun haben wir. Kurz mal Nick Nick angucken. Nicht dass der mir krepiert. Ah. Wird langsam knapp ein Nick Nick. So. Nochmal 20 Minuten drauf. Wobei wir machen mal direkt eine halbe Stunde. Das ist nicht immer so aufwendig. So. Nick Nick. Lebst du noch? Er lebt noch. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Der Nick Nick. Okay. So. So. Okay. Auf geht's. Du darfst nur raus gehen. So. Wir gucken mal Richtung Kill1414. Sheriff Staubmantel. Das ist Hassan. Das ist Nick. So. 25 und 10. Dann wünsche ich dir mal viel Glück. Wirst du brauchen. Gut. Gehen wir weiter. Wir haben nach Nick. Äh. Haben wir den Arrowflasher. Der Arrowflasher. Der hat auch keine Steepacks. Durch euch macht es mich. Äh. Macht es es für mich sehr einfach. Euch rauszuschicken. Von Epic Noob war schon draußen. Und dann fehlt nur noch Hassan. Und Hassan hat auch keine Steepacks dabei. Deswegen. Trostiges Gleisgewehr trägt er. Das habe ich übersehen. Aber keine Sorge. Ich sehe alles. Ich sehe alles. Trostiges Gleisgewehr. So. Gut. Abmarsch. Ja. Die nächste Kolonne ist draußen. Ähm. Ich würde sagen. Dann werden wir heute einfach nur diese Wettbewerbsfolge machen. Dass wir wirklich uns komplett darauf fokussieren. Sonst dauert das alles hier zu lange. Da würde ich gleich schon behaupten. Unsere Volt ist ziemlich leer ohne euch. Aber überall sind welche drin. Das heißt. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Alle Kunden habe ich. Ich glaube. Ich habe zu viele rausgeschickt. Oder? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ja gut. Eigentlich wollte ich nur sieben. Oh mein Gott. Ja stimmt. Beim letzten Mal habe ich auch zehn rausgeschickt. Ja crazy. So schnell kann es gehen. Gut. Ich würde sagen. Wir sehen uns wieder. Wenn alle wieder da sind. Fröhlich und lebendig. Hoffe ich zumindest. Ich muss auf diesen Dicknick aufpassen. Und der mir krepiert. Dann hole ich dir wieder alles voll hier. Ist doch ein Problem. Bis gleich. Ich muss auf diesen Dicknick aufpassen. Oh, was haben wir denn da? Der Ehrengardist So Ehrengardist, du hast ja hoffentlich noch ein paar Stimbacks übrig Wir sind gerade noch mitten im Lauf Eliminiere die Raider 16 Stimbacks hast du noch Na go Go, go, go Das könnte sein Loot sein, ne? Das könnte sein Loot sein Wenn du hier eine Monsterwaffe findest Dann kriegst du noch direkt mal eine Lunchbox gratis dazu, Alter Was ist denn los? Hoffentlich werden unten keine Skorpione sein Oh Beim letzten Mal als Elia da unten war Da waren ja Skorpione da Und ich musste kämpfen, dass er überlebt Ich musste drum kämpfen Glaubst du, die Katze macht mit? Miau Die macht dich tot Nehme ich auf? Ich muss kurz gucken, ob ich aufnehme Ich nehme auf Ich will das nicht nochmal haben Ich will das nicht nochmal haben Guckt sie euch an, wie er sie wegmetzelt Die Katzen vielleicht nicht, aber Ja, cool Easy durchgezogen Ich glaube, ich will jetzt nach Hause Ja, da sammelt er die Kronkorken ohne Ende Kronkorken Ah, right away, cool Still packed, cool Kann er direkt mal weiterlaufen, ne? Was, was, nein Bitte keine, ach gut Zwei Gegner? Okay, das sind drei Ihr habt auch gerade zwei gesehen, ne? Komische Cheater Die Frage ist nur, was hier im letzten Raum warten wird Ich meine es ja nicht Aber du hast auf jeden Fall noch ordentlich Stuff Du hast ja zwei gratis Stimpacts bekommen Wer weiß, vielleicht kriegst du hier gleich auch nochmal Stimpacts Und dann kann dich eigentlich gar nichts mehr aufhalten Während dessen sich die Katze verpisst Hey, nein Nein, nein Wo ist meine Maus? Verdammt Mein Maus war einfach weg Easy Der Loot des Jahrtausends, Alter Ich hoffe, ich hoffe, das war nicht die Belohnung dafür, dass wir hier reingelaufen sind Sei gegrüßt Kenner der feinen Vorkriegsküche Möchtest du einen Blick in die Karte werfen? Hm, eigentlich nicht Ich möchte dich töten Ich bin nur hier, um was Leckeres zu schnabulieren Tja, du bist nicht das, was ich erwartet hatte Oh, ein Oh toll, ein Gourmet Wie protzig Ähm, ich würde sagen, du bist nicht das, was ich erwartet hatte Zweifellos, immerhin bin ich ein Raider, trotz des feinen Gaumens Okay, jetzt geht's los, Dude Die wahre Probe Ich würde sagen, zuerst die Kleinen und dann den Großen Ist das, ist das eine Taktik? Du hast ja gerade sowieso noch was den Packs bekommen Das heißt, eventuell gehst du hier sogar mit Plus Minus Null raus An Verbrauch Zeig, wie viel Leben haben die da noch? Verlieren die überhaupt Leben? Ach, er greift den Boss zuerst an Ja gut Jetzt ist es zu spät Aber vielleicht kriegen wir gleich einen kritischen Oh, der Boss ist gleich tot Easy Oh Okay, das habe ich mir ein bisschen monströser vorgestellt Aber du kannst verstehen, dass ich gerade Panik bekommen habe Und dich geheilt habe, nicht wahr? Ich dachte, was kommt jetzt denn? Holt die erstmal deine Granate raus Was ist denn los mit der? Alter Die ganze ist einfach zu cool Als könnte sie irgendwas anrichten Ja, ich glaube Du hast es geschafft Jetzt ist nur die Frage Was ist die Belohnung dafür? Eine Waffe? Wenn es eine Waffe ist Leute, dann könnt ihr aber schon einpacken Dann könnt ihr einpacken Okay, Aufgabe abgeschlossen Das war's? Wir haben den Erle Mayer Kolben bekommen Das war wahrscheinlich die Belohnung dafür Dass wir hier rumgelaufen sind Ja gut Dann Ja Ja Aber 1428 Kronkork Plus 500 für den Kolben Ich werde ihn verkaufen Oder waren das 250? Ich weiß es gar nicht mehr Aber 200 Ja Da sind wir wieder Ehringard ist das mal wieder komplett durchgelaufen Der hat doch seinen Spaß Der ist durchgelaufen Der kann ich nicht mehr tragen Am besten kehre ich zurück Gut Ich würde sagen Ihn nehmen wir als Erle erstes vor Dann haben wir nämlich so eine Vorgabe Falls er eine gute Waffe hat Und ich würde sagen Wir verkaufen mal die normalen Gegenstände Für 750 5431 Kronkorken hast du noch so dabei Du hast Ein rostiges Gausgewehr Für 16 Was hast du noch? Hast du irgendwas besseres noch? Gut Das ist das Beste was du gefunden hast Ehringardist Mit 16 Schaden Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt So Ehringardist Du hast Platz von Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben So Das heißt erstmal Nehmen wir den ganzen Schrott hier weg So Zack 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 So Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Perfekt Habe ich gut gemacht Ne Mal sehen Ups Einhundert Zweihundert Dreihundert Vierhundert 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 Fünfzig Zwei Vier Sechs Acht Zehn Zwölf Vierzehn Sechzehn Achtzehn Das heißt Vierhundert Achtundsechzig Kronkorken Mit noch dazu Du trägst immer noch Den getunten Gatling Laser Das heißt da hast du auch noch nichts besseres gefunden Und ich würde sagen wir sammeln das mal ein und haben derzeit eine Bestleistung von 16 Schaden So kommen wir zu Kill 1414 Du kriegst schon mal 560 Kronkorken plus 3.019 Röstiges Plasmagewehr trägst du immer noch Ein Lasergewehr hast du gefunden Röstige Schrotflinte und Oh Kill 1414 Oh Kill 1414 Du bist Nummer 1 16 bis 17 Schaden Das ist wirklich Das ist wirklich nicht schlecht Nicht schlecht Da hast du die Bestleistung von Ehrengarde ist einfach mal um einen Schaden getoppt Oder um 0,5 sogar Kill 1414 Du hast Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen Das heißt wir verkaufen erstmal deinen Müll Und dann gucken wir was übrig bleibt So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Also ja top Besser kann es nicht laufen Naja 100 Äh 150 Äh 200 300 Kronkorken Plus 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Das heißt Ich weiß gar nicht wo ich gerade war Aber nochmal plus 20 Kronkorken Ich hab's ja gerade noch gesagt Röstiges Plasmagewehr trägst du Nice Ich denke mal Dann wirst du das Kausgewehr tragen Nee gar nicht Gar nicht wahr So Äh Ich muss mal ganz kurz Regie schreiben Gut Dann sammeln wir das Ganze mal ein Hier haben wir Baxi Baxi hat Platz von 1, 2, 3, 4, 5 So Deine beste Waffe ist Ja tatsächlich die Naja 1, 2, 3 4, 5 Ja gut Der Rest wird verkauft So das heißt 5.997 Kronkorken Was Wo hast du das Geld her Krass Und natürlich die Sachen die noch gerade verkauft wurden Dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Äh 116 166 Plus Richtig ne Ja Plus 166 Kronkorken Und du hast gefunden Ein Bürgermeisteroutfit Ein Bürgermeisteroutfit Eine gedünnte Laserpistole Eine robuste Gefechtsrüstung Ein Superkleber Und eine Kamera So Crane Crane hat nur Müll gefunden Crane hat Platz für Müll Ich überlasse dir mal den teuren Müll Das heißt du kriegst auf jeden Fall ein Mikroskop Eine Schaufel Und eine Kamera Fokussiertes Lasergewehr hast du derzeit in der Hand Und du hattest es auch schon vorher in der Hand Gut Eingesammelt Aiden Den ich Rechtzeitig rausgeholt habe Ich hab's schon wieder nicht gesehen Äh 1063 Kronkorken Aiden 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 Hups Das wollte ich nicht Aiden Wo bist du? Wo ist Aiden? Da Aiden Du hast genug Platz für die 2 Sachen Das heißt nochmal plus 4 Gehörtete Flammen Wer verträgst du derzeit? Oh Der gehörtete Flammenwerfer ist neu 15 bis 18 Schaden Tja Aiden Darum bist du Nummer 1 15 bis 18 Schaden Ich mein Klar Es ist 15 bis 18 Und nicht 16 bis 17 Aber hier zählt nur die 18 Ich würd sagen Aiden Du hast spontan Glück Sammeln wir mal So Hassan Ich hab's schon wieder nicht gesehen 1632 Kronkorken Hassan Du hast Platz Für genug Sachen Und wir verkaufen das hier Der Kreis heißt Du kriegst nochmal 6 dazu Und du hast ein rostiges Gleisgewehr Immer noch Gut Dann haben wir den Aeroflasher Plus 110 Kronkorken Und 2468 Kronkorken Und 870 Kronkorken Und eine rostige Basmapistole Der Terra Boy Plus 110 Kronkorken 548 Kronkorken 246 Plus 6 Kronkorken Noch dazu Und eine gehärtete Kampfflinte Die hattest du ja vorher auch schon an Wieso steht hier Magnetron 4000 Muss ich gleich mal gucken Dann haben wir auf jeden Fall Nick Nick Mit 441 Kronkorken Plus 60 Kronkorken Plus 2 Und du trägst den Infiltrierer Genau Gilde 2 70 Kronkorken Plus 539 Plus 4 Kronkorken Und du trägst das derzeit Ja Das war's damit Ich muss noch einmal ganz kurz Bei Terra Boy gucken Warum Bei Terra Boy ne Ja Solltest du nicht endlich den tragen Aha Da war es nicht blau markiert Au Das habe ich vorher nicht gesehen Als ich alle Leute ausgerüstet habe Weil das leider nicht blau markiert war Aber Naja Das lässt sich ja jetzt nicht mehr ändern Gut Spitzenreiter Ist jetzt natürlich gewesen Der Äh Wer war das nochmal Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben Bin sehr vergesslich Das war Aiden 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 Du bist Spitzenreiter Und damit gehört die Lunchbox dir Wir öffnen jetzt deine Lunchbox Und dann meine Lunchbox Und wir gucken mal Was du so So schönes bekommst Du bekommst Eine Militärbekleidung Du bekommst Nichts Du bekommst Gilde Japp Buttercup Ich konnte es noch nie aussprechen Du bekommst 100 Kronen Korken Und jetzt kommt die letzte Und entscheidende Frage Bekommst du etwas Gutes zum Schluss 500 Kronen Korken Ja Das Besser als gar nichts Hätte schlimmer sein können Und ich würde sagen Damit öffnen wir meine Lunchbox Ja ein bisschen schade Ich habe mir ein bisschen mehr Mehr erhofft Dass da ein bisschen mehr was rauskommt Aber es ist reine Glückssache Der nächste Wettbewerb Wird auf jeden Fall noch anstehen Machen das glaube ich Einmal im Monat Einmal Klingt das gut Einmal im Monat So ein Wettbewerb Ich denke schon Wasser Wir haben einen Strahlenschutzanzug bekommen Wir haben ein Mikroskop bekommen Wir haben 100 Kronen Korken bekommen Und Der Tag ist scheiße Der Tag ist einfach scheiße Naja gut Ich würde sagen Wir sehen uns dann Nächste Woche Zu einer neuen Folge wieder Die wird dann wieder normal sein Und Ja Ich freue mich drauf Ansonsten Genau am Sonntag Findet noch der Marktplatz Stream statt Um Ich weiß gar nicht wie früh 18 Uhr würde ich sagen 18 Uhr klingt in Ordnung Sonntag 18 Uhr Marktplatz stream Vielen Dank fürs Zuschauen Rot rein Euer Serum Tschüss